Hallo, mein Name ist Aine Gegitsch von der Firma Gottlieb Nestle. Heute stelle ich Sie unseren GNS Stab PT9 aus Carbon vor. Der PT9 hat eine maximale Auszugshöhe von zwei Meter Länge. Wer kennt es nicht draußen im Feld? Ein Messstab nimmt dementsprechend immer viel Platz ein und durch zwei Verschlüsse komme ich hier mit dem PT9 schön auf ein minimales Transportmaß von gerade einmal einem Meter. Das heißt, der PT9 passt somit in jeden Kofferraum überall rein. Ich muss nicht die Sitzbank umlegen oder sonstig, da sperre ich mir irgendwie quer im Kofferraum rein, sondern es passt wirklich überall rein. Es ist komplett aus Carbon. Dafür muss ich ein angenehmes Arbeiten im Winter bei Kälte und hat gerade einmal 700 Gramm Gesamtgewicht. Ein weiterer Vorteil ist der Quick-Out Adapter. Im Prinzip schraube ich die Antenne einmal auf den Adapter drauf, so ist gewährleistet, dass ich schnell installieren oder wieder wegmachen vom Stab. Ich kann relativ schnell arbeiten. Ich bin sehr schnell einsatzfähig und ich habe nicht das Risiko, jedes Mal, wenn ich die 5,8 Zoll mit dem 5,8 Zoll Gewinde die Antenne drauf schraube, laufe ich nicht Gefahr, dass wie die Antenne aus der Hand rutscht und das teure Gerät dementsprechend auf dem Boden fällt und eventuell beschädigt wird. Soviel zu unserem PT9-Stab. Solltest du weitere Fragen haben, klick gerne auf den Link in der Videobeschreibung, kontaktiere uns. Wir freuen uns über deine Kontaktaufnahme. Soviel von mir. Schöne Grüße aus dem Schwarzwald. Euer Andi. Ciao. Wir sehen uns veio!